Ich mache bei SwissKills mit, weil mir den Beruf Spass macht und weil ich gern Schweizer Meister werde. Es ist ein Ansporn, um zu zeigen, wie gut man ist. Natürlich möchte ich auf das Boudesco kommen. Vorbereitet habe ich mich in der Firma gelernt. Ich durfte lernen, habe ich Modelle bauen. Das Ziel ist natürlich, dass man immer alles dicht anbringt, dass es gut aussieht und dass die Bauherren zufrieden sind. Die Herausforderung ist, dass es jeden Tag etwas anders ist, dass man verschiedene Detail hat. Je nach Baustelle, man arbeitet mit vielen verschiedenen Materialien. Ich finde es cool in meinem Beruf, dass man viel von draussen ist. Dass man am Abend sieht, was man gemacht hat und viel abwechslungsreiche Arbeit hat.